Das letzte Teil der Prüfung, ein G-Pony, das ist die Stadt Nr. 185 Vidalgo, vorgestellt von Julia Maria Schöpfer vom Reit- und Fahrfreien. Die Stadt Nr. 185 Vidalgo, vorgestellt von Julia Maria Schöpfer vom Reit- und Fahrfreien. Die Stadt Nr. 185 Vidalgo, vorgestellt von Julia Maria Schöpfer vom Reit- und Fahrfreien. Die Stadt Nr. 185 Vidalgo, vorgestellt von Julia Maria Schöpfer vom Reit- und Fahrfreien. Das Ergebnis ist 2,85 Vidalgo und Endbuchung 8,3. Die Stadt Nr. 185 Vidalgo, vorgestellt von Julia Maria Schöpfer vom Reit- und Fahrfreien. Die Stadt Nr. 185 Vidalgo, vorgestellt von Julia Maria Schöpfer vom Reit- und Fahrfreien. Die Stadt Nr. 185 Vidalgo, vorgestellt von Julia Maria Schöpfer vom Reit- und Fahrfreien.